Musik Hallo Welt, wir sind Anonymaus, Achtung! Die bankenkritische Organisation Blockupai warnt vor Peter aus Hannover. Peter aus Hannover will sich als Banker ausgeben. Überall in Deutschland protestierten am Nachmittag Tausende gegen den Banker Peter aus Hannover. Peter aus Hannover wird aufgefordert kein Banker zu werden. Wir sind Anonymaus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017